Ja, herzlich willkommen. Wir sind heute Abend mit dem Marketing Club Südhessen hier in der Comedy Hall. Ich freue mich auf einen wunderbaren Austausch mit ganz vielen verschiedenen Netzwerkpartnern. Und wir, Merck, sind Mitglied im Marketing Club und werden heute über unser gesellschaftliches Engagement in Darmstadt erzählen. Das kann man heute von dem Vortrag von der Firma Merck, vom DAX-Unternehmen mitnehmen zum Punkto Standortmarketing. Ich denke, hier ist Merck auch sicherlich ein Best-Practice-Beispiel für Nachhaltigkeit, für bürgerschaftliche Verantwortung. Und damit gibt es auch viele gute Impulse für unsere Mitglieder. Merck ist unser Hauptsponsor bei der ganzen Aktion. Merck tut sich dort einbringen, wo wirklich Darmstädter Geschichten passieren, wo mit Darmstädter Personen was passiert. Und wir sind sehr dankbar, dass da eine Brücke geschlagen wird zwischen der quasi Hochtechnologie und einfach der Mundart den Leuten vor Ort. Der SV Darmstadt 98 arbeitet ja schon traditionell seit Jahrzehnten mit der Firma Merck zusammen. Das Wichtigste an der Kooperationszusammenarbeit ist bei uns, dass wir die Jugend fördern, dass wir die besten Talente hier nach Darmstadt holen. Für uns ist es sehr wichtig, Entscheider, die hier in der Region vor Ort sitzen, kennenzulernen und mit denen sich auszutauschen. Und immer wieder gibt es daraus neue Synergien und neue Ideen und man spinnt kreativ rum, weil das doch sehr ähnliche Menschen wie wir alle sind. Unsere Mitglieder wollen auch analoges, präsentes Netzwerk betreiben und dafür bieten wir zehnmal im Jahr die Plattform. Einfach aus unserem professionellen Netzwerk der Mitglieder und deren Verbündete schaffen wir es, auch in Kooperation mit anderen, solche Dinge auf die Beine zu stellen.